Ja Freunde, ich begrüße euch recht herzlich hier zurück auf meinem Kanal zu einem nächsten Infovideo rund um den Landwirtschaftssimulator 2019. Und zwar ist es heute wieder soweit, ein nächster Dev-Blog ist herausgekommen. Also ein Dev-Blog ist immer eine Information, die wirklich direkt von Giants kommt, also wirklich direkt von den Herstellern, die uns hier wirklich einige Sachen noch zum Spiel erläutern wollen oder besser gesagt vorstellen wollen. Wir starten hier mit der Überschrift Neues Missionssystem. Das ist der Hauptgrund, warum dieser Dev-Blog gemacht wurde. Eben es geht um das neue Missionssystem, das neue Missionssystem im LS19. Also willkommen zu unserem zweiten Landwirtschaftssimulator 2019 Dev-Blog. In diesem Dev-Blog werden wir über die Optimierungen sprechen, die wir am Missionssystem vorgenommen haben, um euch dabei zu helfen, schneller so zu spielen, wie ihr wollt. Das hört sich schon einmal sehr, sehr gut an. Eine sehr, sehr schöne Einleitung auf jeden Fall schon einmal. Beginnen wir mit einer kleinen, großen Änderung. Ihr müsst nicht mehr über die Karte reisen, um mit den Missionsgebern zu interagieren. Ein neues Vertragsmenü listet alle derzeit verfügbaren Missionen auf und gibt an, wie viel Geld ihr für die Durchführung bekommt und was von euch erwartet wird. Das ist auf jeden Fall einmal ein riesengroßer Pluspunkt, eine schöne Erweiterung. Das hört sich schon sehr, sehr gut an. Das bedeutet weniger Zeit zwischen den Missionen und mehr Zeit für das, worauf es ankommt, das Farmen. Das ist auch ein wunderschöner Satz, wirklich sehr, sehr toll geschrieben. Es bringt wirklich die Meinungen oder besser gesagt die Anliegen der LS-Spieler wirklich auf den Punkt, damit weniger Zeit für die Missionen aufgeht und mehr praktisch für das Farmen. Es wurde außerdem die Zeitbegrenzung für Missionen entfernt, sodass ihr nun die Missionen in eurem eigenen Tempo erledigen könnt. Und ja, der ein oder andere hat sich sicher geärgert im LS-17 über das Zeitsystem oder die Zeitbegrenzung bei den Missionen. Die war wirklich sehr, sehr ärgerlich und wurde daraufhin jetzt auch im LS-19 natürlich entfernt. Wir schauen dann gleich weiter. Hier ist auch ein Screenshot, den schauen wir uns gleich später an. Ich will nur noch ganz kurz diesen Abschnitt noch durchgehen. Im Landwirtschaftssimulator 19 wird es außerdem nicht mehr nötig sein, die Geräte des Auftraggebers zu benutzen. Das hat zwei Vorteile. Erstens erhaltet ihr mehr Geld von den Missionen, da ihr kein Geld für die Miete der Geräte zu bezahlen habt. Und zweitens könnt ihr eure eigene Ausrüstung für Missionen verwenden. Damit wird es möglich sein, seine Ausrüstung auf gewisse Missionen zu spezialisieren und so schneller an Geld zu kommen, um die eigene Farm zu erweitern. Das ist auch eine schöne Sache, auf jeden Fall eine schöne weitere Erweiterung. Leasing ist immer noch im Spiel verfügbar, um neuen Spielern ein Gefühl für das Ganze zu geben und euch die Chance zu geben, neue Geräte auszuprobieren. Das ist auch ein bisschen so ein Satz. Ja, Leasing ist hier gemeint, eben das Mieten der Fahrzeuge. Es gibt nicht noch eine dritte Möglichkeit an Fahrzeuge zu bekommen. Also Leasing ist gleich Miete praktisch. Das wurde hier nur etwas anders geschrieben. Es ist eben auch ein Screenshot dabei, wo man eben das sieht mit diesem Missionssystem, das neue Missionssystem. Wir haben eben hier die Auswahlmöglichkeit der Missionen hier heroben, wo wir auch verschiedene andere Sachen noch auswählen können. Wie man sieht, da haben wir natürlich noch keine Informationen, aber das ist das Menü eben für die Missionen. Wir haben dann hier die verschiedenen Felder und sehen auch gleich, wie viel wir bekommen für die verschiedenen Missionen. Wir können dann da drauf gehen und dann hat man praktisch einen kurzen Überblick, was zu tun ist, wie viel man bekommt und auf welchem Feld wir uns befinden. Natürlich ist das gleich geblieben mit dem Namen dabei und die Feldnummer natürlich und auch die Hektar, wie groß dieses Feld ist. Wir haben dann hier noch einen kleinen Zusatz, wie man sieht, wenn man eben seine eigenen Geräte verwendet oder ob man die Geräte leasen will, dann kostet uns das 2.200 Euro. Also wir müssen dann 2.200 Euro abziehen, wenn wir eben nicht unsere eigenen Geräte verwenden. Also das ist eine schöne Sache, dass man eben entscheiden kann, ob man mit seinen eigenen Geräten diese Mission erledigt oder ob man eben sich diese Geräte leased oder besser gesagt mietet. Eigentlich mietet im LS17 war das eben mietet und jetzt wird es eben leasen genannt, aber es kommt eben aufs gleiche raus. Wir schauen dann gleich weiter. Wir haben noch einen nächsten Queenshot, der eben hier im Missionsmodus, glaube ich, ist, da es um dieses Feld 7 geht, glaube ich. Hier haben wir auch das Feld 7 oder jawohl, hier haben wir auch das Feld 7. Wir haben hier eben diesen Thresher, diesen Fendt-Thresher und haben hier dann den Holemaster, den ich vor einigen Tagen vorgestellt habe, wie eben der auch in den neuen Informationen drinnen war vom LS19 und wir haben dann hier noch einen John Deere natürlich. Ganz klar, als neue Marke wird er natürlich bei den Dev-Blogs natürlich auch immer dabei sein. Wir haben auch einige Sachen jetzt, was wir beim Hatz sehen hier, was wir hier heroben sehen. Der Kontostand ist alles sehr, sehr transparent gestaltet in diesem Grau-Weiß. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Sieht sehr, sehr modern aus. Auch die Minimap hier ist wirklich schön gemacht und auch hier das ganze Hart, die ganzen Geschichten sind eben schön transparent, dass hier nicht immer dieses große, riesengroße Kästchen hier ist, das jetzt immer war beim LS17 oder in den vorherigen LS-Reihen, dass man hier wirklich einiges an Überblick verliert, wenn hier das Hartkästchen eben wäre. Das ist jetzt nicht mehr so wirklich schön gemacht, auch gefällt mir wirklich sehr, sehr gut, das Hart auch. Und auch noch einmal zum Strohschwart. Ja, mit dem Strohschwart ist das so eine Sache im LS19. Mir persönlich ist er immer noch etwas zu unnatürlich, wie man hier sieht. Bei einem Strohschwart, der ein oder andere, der es schon im realen Leben gesehen hat, sieht man immer die einzelnen Strohhalme eben, wie sie am Feld liegen. Hier sieht man immer nur eine Art gelben Schlauch, würde ich fast sagen. Eben von der Textur her wäre hier wirklich einiges, wäre noch möglich gewesen auf jeden Fall. Aber ich bin auch auf eure Meinung natürlich gespannt. Schreibt mir kurz in die Kommentare, wie ihr zu dem neuen Strohschwart hier steht. Auch von den Bodentexturen her, von den Getreidetexturen her, ist es wirklich sehr, sehr ähnlich, würde ich einmal sagen, zum LS17. Es gibt natürlich Änderungen, es gibt natürlich Unterschiede, aber wir haben keine großen, keine gravierenden, größeren Unterschiede. Wir schauen dann gleich weiter. Wir haben einen neuen Missionstyp hinzugefügt, Heu- und Silagepressen. Diese Missionen beinhalten jeden Schritt des Prozesses vom Mähen des Grases über die Umwandlung im Ballen bis hin zur Auslieferung. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Sache, da es den Missionstyp jetzt in keiner LS-Reihe eben gegeben hat. Weitere neue Missionen drehen sich um die Unkrautbekämpfung, die bis jetzt eine eigene Kategorie und nicht mehr nur ein Teil des Düngeprozesses ist. Einschließlich des Einsatzes des neuen Sprühgerätes bei hochgewachsenen Unkräutern. Also ja, auch eine eigene Mission für die Unkrautbekämpfung ist natürlich mit dabei. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Sache. Da kann man sich das Ganze einmal ein bisschen anschauen natürlich. Wie man sieht, wir können, wir haben auch ein neues Sprühgerät, wie hier geschrieben wird, wo wir hochgewachsene Unkräuter dann auch bekämpfen können. Die Transportmissionen kehren zurück und beauftragen euch damit Wahn von einem Ort zu einem anderen zu liefern. Macht einen Ausflug durch die schöne Landschaft unserer aktualisierten Game Engine und verdient etwas Geld, wo ihr schon dabei seid. Also auch das ist wieder eine schöne Mission, dass die Transportmissionen zurück sind. Wie hier geschrieben wird, wir können einen wunderschönen Ausflug durch die schöne Landschaft machen. Das ist immer sehr, sehr schön natürlich, um die Karte auch zu erkunden und dabei auch, wie hier auch erwähnt wird, Geld zu verdienen. Missionen können nun auch im Multiplayer angenommen und ausgeführt werden, sodass ihr diese zusammen mit euren Freunden erledigen könnt. Das gibt euch mehr Möglichkeiten mit anderen Spielern zusammenzuspielen als je zuvor und knüpft an unsere größeren Verbesserungen für den Multiplayer im Landwirtschaftssimulator 19 an. Das ist auch eine sehr, sehr interessante Sache, damit wir, dass wir jetzt besser gesagt auch die Missionen im Multiplayer annehmen können und wie hier geschrieben wird, eben auch zusammen praktisch mit unseren Freunden hier ausführen können. Also das ist auch eine schöne neue Erweiterung. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Zum Schluss noch ein Satz. Wir hoffen, das neue Missionssystem gefällt euch und sind auf euer Feedback gespannt, wenn der Landwirtschaftssimulator 2019 am 20. November veröffentlicht wird. Also wirklich ein schöner Schlusssatz natürlich. Wir sind natürlich auch schon sehr, sehr gespannt auf das Ganze. Eine kurze Information noch. Es wird jetzt mit diesen Dev-Blogs einmal zu Ende sein, seitens von Giants eben, da jetzt die ganze Arbeit praktisch auf die Gamescom gerichtet ist. Ganz klar natürlich, da ist leider nicht mehr Zeit für diese Dev-Blogs, aber nach der Gamescom würde ich sagen, wird es auf jeden Fall wieder solche Dev-Blogs geben. Natürlich, ja die Dev-Blogs sind immer eine interessante Sache. Natürlich, die LS-Spieler wollen Informationen und hier bekommen sie eben die Informationen direkt von Giants. Das ist immer eine sehr, sehr schöne Sache. Noch kurz in einer Sache. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du dieses Video auch mit einem positiven Däumchen natürlich bewerten würdest. Schreib vielleicht auch das ein oder andere Kommentar, was du von dem neuen Missionssystem hier hältst, auch von den Strohschwaden hier. Da wäre ich sehr, sehr neugierig, was hier die anderen LS-Spieler sagen, oder besser gesagt meine Community sagt zu diesem Strohschwad, den neuen Strohschwad im LS19. Das wäre auch eine interessante Sache. Ich hoffe, ihr hat euch gefallen, dieser Dev-Blog, dieses kurze Infovideo wieder vom LS19. Und ich freue mich natürlich, wenn du wieder mal vorbeischaust. Also hoffentlich bis demnächst. Ciao.